So Leute, da sind wir auch wieder zurück mit leider immer noch demselben Problem, nämlich setze Gebäude in Brand. Ich werde das Ganze mal gerade demonstrieren. Einmal durchziehen, zack. Ich habe es auch schon mit Glühwürmchen probiert und haste nicht gesehen, aber die Aufgabe ist und bleibt auch nach dem Update leider verbuggt. Woran liegt es? Einige haben jetzt auf YouTube hochgeladen, es liegt an den blauen Aufgaben. Im Prinzip, wenn ich diese Aufgabe oder ihr die Aufgabe schon komplett abgeschlossen habe, also komplett durchgespielt, dann können wir erstmal die Aufgabe nicht mehr schaffen. Bedeutet, wir hängen da jetzt erstmal ein wenig fest. Es gibt rein theoretisch, was ich jetzt so gesehen habe, nur eine einzige Lösung, wie das Ganze doch noch zu schaffen ist und zwar mit den Tagesaufgaben. Ich habe jetzt die eine Tagesaufgabe extra noch nicht gemacht, nämlich, wenn ihr seht, hier sind ja die blauen, die lilanen und dann haben wir ja noch die grünen Aufgaben. Das sind ja die täglichen Aufgaben, wofür wir 22.000 XP bekommen. Und damit soll die Aufgabe anscheinend weitergehen. Heißt, wir brauchen hier als grüne Aufgabe, brauchen wir setze Gebäude in Brand und dann soll dies dann auch zählen für eben, wo ist hier die Aufgabe. Das ist halt so, was ich euch jetzt sagen kann, was an Informationen da ist, aber leider haben sie es mit dem Patch halt immer noch nicht verändert. Ist natürlich schade, aber wir werden es schon irgendwie überleben, denn am Donnerstag kommen schon, äh, ja doch, Donnerstag, kommen schon wieder die neuen Aufgaben. Die anderen Aufgaben habe ich ja bereits alle für euch schon hochgeladen. Und in dem Sinne, mehr kann ich euch leider dazu nicht sagen, euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln und haut rein!